So, heilig und leute, bei einer neuen Folge, hier ist euer Pimt Mike, bei einem Video, äh, was Rockstar Games jetzt gemacht hat. Ich bin gerade der erste YouTuber, der es denn hochlädt, sonst haben es keine YouTuber gemacht. Das Ganze ist so, es ist nämlich jetzt so, wenn ihr GTA neu startet, äh, kriegt ihr 250.000 Dollar bis zum 4. November. Kommt drauf an, äh, wann und wo ihr das macht, hier seht ihr schon. Vielen Dank, dass du GTA Online spielst. Feier deine drei Jahre GTA Online mit einem Geldbonus in Höhe von 250 Dollar. Der Freitag, den 4. Juni auf dein Konto Marzipank überwiesen wird. Die Schlage, Fahrzeuge, Waffenbekleidung und mehr Rabatte, Artikel für Poken und der Yacht. Das Ganze ist so, weil GTA, äh, drei Jahre alt wird und da schenken sie einfach mal eine Geldbonus in Höhe von, ja. Jubiläumsspezial 30% Rabatt aus ausgewählten Artikel, äh, darunter beliebste Artikel aus Update seit dem Standard-Upper-Paket von 2013. 2013 kommen auch noch, äh, Liberator, Durchschlagschirr von Schrotflinten und so weiter. So, das Ganze war auch schon das Information-Video darüber. Ähm, also ich würde sagen, ich hoffe, es hat's gefallen und es wird bis zum 4. November auf euer Konto überwiesen die 250.000 Euro. Also, ich finde Rock the Games richtig geil dafür, dass sie das machen. Drei Jahre GTA und ich würde sagen, adios amigos, ciao, ciao.